Hallo meine Lieben, ich bin Seu Thomas, ich gehe Sparkojote. Soll jeder ein passives Einkommen aufbauen oder soll jeder passives Einkommen haben? Die einfache Antwort von mir lautet ja im Idealfall. Was meine ich denn damit? Ja, passives Einkommen, ich denke langfristig sollte jeder so ein bisschen ins Ziel oder ins Auge fassen, ein möglichst unabhängiges Einkommen zu generieren, also die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Ob man das schnell oder langsam schafft, das ist völlig egal. Es geht darum langfristig, also das heißt finanzielle Unabhängigkeit respektive unabhängig von Einkommen, von aktiver Arbeit sein. Das kann natürlich auch krankheitsbedingt sein, wenn man nicht mehr wirklich arbeitsfähig ist, dass man dann passives Einkommen zum Beispiel durch Dividenden und Zinsen bekommt. Jetzt muss man vielleicht auch noch definieren, was ist denn genau passives Einkommen? Für mich persönlich, das ist meine eigene Definition, sind Dividenden und Zinsen die Königsklasse des passiven Einkommens. Die meisten anderen Einkommensquellen haben immer noch irgendeinen aktiven Touch, also sind so eine Kombination aus aktiv und passivem Einkommen. Zum Beispiel auch das, was ich teilweise mit dem Blog YouTube Kanal mache, ist so eine Kombination aus aktivem und passivem Einkommen. Aber ich muss immer noch weiterhin Content machen, regelmäßig oder regelmäßig Blog Beiträge schreiben, damit das weiterhin läuft. Darum meine ich, wenn ich von passivem Einkommen rede, rede ich wirklich von Zinsen und oder eben Dividenden. Diese zwei Einkommensarten sind für mich wirklich sehr passiv. Die funktionieren auch, wenn ich im Krankenbett liege und nicht mehr denken kann, nichts mehr machen kann, fließen trotzdem noch schöne Dividenden und Zinsen aufs Bankkonto rein. Natürlich muss dann jemand da noch die Bankkonten managen, ja, aber irgendwas muss man ja noch machen. Und ja, die Aufhängerfrage, die habe ich jetzt eigentlich schon beantwortet, aber so ein bisschen, wie kann man sich dieses passive Einkommen denn aufbauen? Vor allem vielleicht auch für Anfänger, die fragen sich, ja, passives Einkommen, ich habe es gehört hier, dieses, ja, ganz easy am Strand und dann 10.000 pro Monat verdienen. Und ja, das ist leider nicht die Realität. In der Realität ist es so, dass man natürlich sich ein passives Einkommen aufbauen kann, aber wenn wir wirklich von was Nachhaltigem sprechen, wir vielleicht von 3% reden. Das heißt, wenn du 1.000 Euro investierst oder 1.000 Schweizer Franken investierst und da 3% Rendite drauf ist in Form zum Beispiel von Dividenden oder Zinsen, dann bekommst du 30 Schweizer Franken respektive 30 Euro jährlich, ja, jährlich an Einkommen, ja. Und das dann im Idealfall bis an dein Lebensende. Natürlich ist das auch keine Garantie. Das heißt, wenn du 100.000 investiert hast, sind das zum Beispiel 3.000 pro Jahr. Oder wenn du eine Million investiert hast, sind das 30.000 pro Jahr. 3% sind eher konservativ in meinen Augen zumindest, was zum Beispiel Dividenden und Zinsen insgesamt angeht, je nachdem, in was man halt investiert. Und mit Zinsen meine ich jetzt auch nicht unbedingt das Bankkonto oder so. Das kann auch bei Anleihen sein oder zum Beispiel auch bei Privatkrediten und so weiter. Je nachdem, wo man halt investiert. Aber die Haupt, ich sag jetzt mal, die Hauptpassive Einkommensquelle von mir zum Beispiel sind ganz klipp und klar Dividenden. Das heißt, eine Gewinnbeteiligung im Prinzip von Unternehmen, in die ich investiert bin, über Einzelaktien oder über breit gefächerte ETFs. Das heißt, in meinen Augen sollte jeder auf jeden Fall ins Auge fassen, ein passives Einkommen aufzubauen. Ob dieses passive Einkommen die kompletten Kosten decken kann, das sei jetzt mal dahingestellt. Das ist eben die Frage. Man muss nicht unbedingt riesige passive Einkünfte haben, um längerfristig dann auch davon schon leben zu können. Weil es kann ja auch sein, dass man einfach nicht 100% arbeiten möchte, sondern einfach Teilzeit arbeiten möchte. 60%, also drei Tage die Woche. Und das Defizit, was man weniger verdient, durch das passive Einkommen decken möchte. Das heißt, man hat dann eine 3-Tage-Woche und 4 Tage frei. Und das ist dann eigentlich ideal für diese Person. Und das gefällt ihr dann auch. Also das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass man mit dem passiven Einkommen unbedingt das komplette Einkommen decken muss oder will. Aber im Idealfall ist es natürlich so. Und ich mache das über Dividenden. Einfach so auch als Beispiel, um euch mal zu zeigen, wie das bei mir aussieht. Ich habe 2015 damit angefangen, also vor über 5 Jahren, mir ein passives Einkommen durch Investments in Aktien, P2P-Kredite und so weiter aufzubauen. Und wir sehen dann zum Beispiel hier 2015 bis 2020 eine schöne Statistik im Januar, wie sich das entwickelt hat. Oder auch im Februar, wie sich das entwickelt hat. Besondere Monate, wie zum Beispiel April und Mai, die besonders dividendenstark sind, sind natürlich sehr ausschlaggebend. Da sieht man dann zum Beispiel, im 2015 waren das noch 88,70 Franken. Und an dem Jahr 2020 waren es schon 1250 Franken. Also extrem, was da in 5 Jahren alles passieren kann. Oder jetzt auch im Mai zum Beispiel, wenn wir das vergleichen, haben wir schon fast 600 Franken gehabt. Also das entwickelt sich einfach mit der Zeit, wenn wir jetzt auch mal anschauen, wie das insgesamt ausschaut. Ja, jährlich gesehen, dann sehen wir, wir haben eine sehr gute Entwicklung. Und ich habe auch insgesamt schon, seitdem ich mit dem Investieren begonnen habe, über 10.000 Schweizer Franken an Dividenden und Zinsen erhalten. Und das mag natürlich über die nächsten Jahre auch immer mehr und mehr und mehr werden jedes Jahr. Und das wird natürlich sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt. Also das heißt, mein passives Einkommen basiert hauptsächlich auf der Dividendenstrategie. Und das ist eben der Großteil meines passiven Einkommen, indem ich in Einzelaktien investiert bin, indem ich in ETFs investiert bin, die ausschüttend sind. Und die mir ein passives Einkommen auf mein investiertes Kapital halt sozusagen ausschütten. Ja, und an dieser Stelle möchte ich natürlich aber auch sagen, dass es nicht unbedingt ratsam ist, zum Beispiel auch sein gesamtes Geld irgendwo rein zu investieren. Da kommen wir dann eben zum Punkt Asset Allocation. Das heißt, nur weil jetzt zum Beispiel du eine Aktie hast, die 5% Dividenden ausschüttet. Also wenn du 100 Franken investierst, du 5 Franken an Dividende bekommst, heißt das nicht, dass du alles in eine Aktie reinbuttern sollst und dann 5% jedes Jahr bekommst. Keineswegs. Man muss auch diversifizieren, weil eine Dividende ist niemals garantiert. Eine Dividende ist im Prinzip einfach in der Regel ein Teil des Gewinnes vom Unternehmen, was an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Kann aber auch sein, dass das Unternehmen mehrere Jahre lang schlecht läuft und jetzt die Dividende kürzen oder sogar gar streichen muss und du dann keine Dividende mehr bekommst. Wenn du dann dein ganzes Geld in ein Unternehmen investiert hast, dann hast du auf einmal keine Dividende mehr und der Aktienkurs sinkt dann vielleicht auch noch und du hast viel Geld verloren. Das heißt, man muss diversifizieren, in verschiedene Unternehmen investieren, in verschiedene Assets, also nicht nur Aktien, sondern auch andere Dinge investieren. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, den ich euch auch weiter mitgeben kann. Für alle die Leute, die jetzt zum Beispiel auch interessiert sind, sich ein wirklich ein passives Einkommen langfristig, also nicht in 2-3 Jahren, sondern über Jahrzehnte hinweg ein langfristiges passives Einkommen mit Dividenden aufzubauen, kann ich nur wärmstens das Buch cool bleiben und Dividenden kassieren, empfehle ich ein sehr, sehr cooles Buch, ein sehr einfaches Buch zu lesen und auch wirklich simpel, um auch mal in dieses Thema einzusteigen. Ist vom Finanzbuch Verlag, sehr, sehr, sehr cooles Buch, der Autor Christian W. Rühl, sehr, sehr spannender Typ. Macht übrigens auch YouTube-Videos, könnt ihr ja auch gerne auch seinen Kanal abchecken. Und für mich ist wirklich so Dividendenzinsen so die Königsklasse des passiven Einkommens und ich finde, man sollte schon auch als junge Person sich vielleicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber auch wenn man schon etwas älter ist, kann man sich ruhig auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich denke, es ist nie zu spät, sich mit diesem Thema passiven Einkommen durch Investments auseinanderzusetzen, weil es kann in jeder Lebenslage eigentlich nur von Vorteil sein, wenn man Einkommensquellen hat, die unabhängig von der aktuellen Tätigkeit oder von der aktiven Tätigkeit sind. Das bedeutet hier in meinem Beispiel, wenn wir hier wieder meine Zahlen anschauen, im Jahr 2019 zum Beispiel hatte ich 3.400 Schweizer Franken am passiven Einkommen. Das bedeutet für mich, für meine privaten Ausgaben, die ich habe, ich gebe im Monat ungefähr 2.000 Schweizer Franken aus. Das heißt, ich könnte mit diesen 3.400 Schweizer Franken mehr als eineinhalb Monate davon leben über meine privaten Ausgaben. Und das war im ganzen Jahr 2019. Im Jahr 2020, und wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Jahres durch, noch nicht ganz, aber da habe ich bisher schon fast 3.000 Schweizer Franken an Dividenden und Zinsen netto erhalten. Das bedeutet konkret, bis Ende Jahr, wenn es gut läuft, ich zwischen 6.000 bis 7.000 Schweizer Franken an Dividenden und Zinsen bekomme, ja, plus, minus. Das ist irgendwas in dem Bereich, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nach Kürzungen, weil wir jetzt aktuell auch eine Wirtschaftskrise haben, ja. Also gehen wir davon aus, es ist konservativ 5.500, ja, dann sind das schon fast 3 Monate, von denen ich leben könnte. Also fast ein ganzes Quartal von meinen privaten Ausgaben. Miete, Essen, Trinken, Krankenversicherung und so weiter würde gedeckt werden durch passives Einkommen. Und das ist natürlich schon sehr, 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 sehr eine geile Sache. Und, aber das dauert halt Jahre, bis man sich das aufbaut. Wenn wir hier nochmal schauen, ich bin hier seit 2015 dabei. 2015, 16, 17, 18, 19 und jetzt 2020, wie sich das halt über die Jahre entwickelt hat. Das dauert Jahrzehnte, bis man wirklich ein sehr großes passives Einkommen aufbaut. Und in 10, 15 Jahren schaue ich auf 2020 zurück. Und ja, das waren halt noch die Anfänge. Und jetzt ist für mich 2020 aktuell, boah, krass, wenn es so weiterläuft, dann im Worst Case 5.500 bis Ende Jahr an passivem Einkommen. Und das ist so ein bisschen meine Message einfach. Ich denke, jeder sollte zu einem gewissen Grad sich ein passives Einkommen langfristig aufbauen. Nicht irgendwie Get Rich Quick oder so, sondern wirklich langfristiger Vermögensaufbau. Und sich da einfach eine unabhängige Einkommensquelle aufbauen, die nicht mit der aktiven Tätigkeit zu tun hat. Da das nur von Vorteil sein kann. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie hoch ist bereits dein passives Einkommen, wenn du welches hast. Besonders eben eben Dividenden natürlich und Zinsen. Oder wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst, das aufzubauen, was sind so deine Eindrücke? Oder ist für dich passives Einkommen völliger Quatsch? Also für mich ist es auf jeden Fall kein Quatsch. Ich rede hier von wirklich Dividenden und Zinsen. Das ist was Handfestes. Das ist nicht irgendwie Scam-Shit oder so. Wie es so immer wieder, aber auch im Internet in vielen diversen Kursen versprochen wird. Das ist eine langfristige Angelegenheit. Das dauert mehr als 6 Monate. Viel, viel mehr als das. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn ihr diesem Kanal hier einen Daumen nach oben gebt, respektive dem Video. Und gerne auch diesen Kanal abonniert. Würde ich mich super, super freuen. Und checkt auch gerne, wenn ihr Fragen habt, den Finanzruhle Community Club ab. Einfach finanzruhle.ca.club. Da sind wir mittlerweile über 1600 Mitglieder. Und mehr als die Hälfte davon ist aus der Schweiz. Das heißt, da werden auch viele schweizspezifische Fragen beantwortet. Aber ihr seid auch sehr willkommen, wenn ihr aus Deutschland oder Österreich seid. Wir unterscheiden da nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin fließt das passive Einkommen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020